Hey meine rarer Borken, heute spielen wir Fall Guys, das zockt gerade jeder in Deutschland. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Art Wipeout, aber im Weltmeisterschaftsmodus. Können wir gewinnen? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefällt. Und wir legen jetzt los. Türrenlauf. Meide die falschen Türen und renne ins Ziel. Ist es da nicht schlau, den anderen hinterherzurennen? Ja, aber hier, wo ich für Erster werden, was hinterherrennen. Leute, 60 Spieler sind im Rennen. Es kommen aber nur, ich vermute, 31 weiter. Das heißt, 42. Oh, ich hab Chancen. Das heißt, wenn man zu langsam ist, ist man raus und 42 kommen. Ich scheppere einfach jetzt in die hier. Guck mal. Oh, die ist falsch und ich bin auch noch so dumm. Die vor mir, die vor mir. Ich bin Letzter. Ich bin Real Talk Letzter. Passt mir. Schwarz. Aber gut, wenn man Letzter ist, kann man halt sehen, wo man lang muss. Also quasi wie die Taktik, die du gesagt hast. Scheiße. Oh nein. Als ob hier nur eine Tür ist. Das ist ja nur eine und die ist ganz links. Oh, das ist so nervig mit den ganzen Menschen hier. Oh, ich hab grad 20 Leute übersprungen. Ich bin einfach über diesen fetten Massenhaufen gesprungen. Ja, das ist... Ich geh rechts lang, da sind weniger. Es sind doch mehr. Hab geschielt. Ich weiß nicht, ob das... Oh Gott, das ist ja... Hechten drüber. Stark. Das war stark, Ben. Ich muss mich selbst loben. Ich bin raus, glaube ich. Du musst ins Ziel hechten. Auch das geht. Dann bist du... Bin drin. Und ich bin 38. Da, Mann. Das war so knapp, Alter. Ja. Aber ich hab den Start maximal verkackt. Erste Runde. Beide überlebt. Nice. Nice. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin in der Mitte so ungefähr. Wo bist du? Du hast ja diesen... Dich muss man ja erkennen. Ich bin in der zweiten Reihe von unten. Ich bin an Donuts. Dingens. Pink, blau. Sehe ich nicht. Ist aber auch egal. Was? Ist ja auch egal. Okay. Nächste Runde. Wir haben bald überlegt. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die meisten Games ja noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Überleg mal, gewinnt in der ersten Runde. Da ist man der Abnormal zu Pro-Game. Oh, das ist ja anders heftig. Die Wippen. Evos Lieblingsmodus. Rennen und Balanciere über Reihen von Wippen. Also, die Wippen gehen nach links und rechts. Sie nach dem, wo die Spieler halt draufstehen. Man muss ins Ziel kommen. Und easy 30 qualifizieren sich. Das heißt... Alle? Nein, nein. Nicht alle. Nee, 10 nicht. Ich bin einfach direkt durch die erste Lücke gefallen. Egal. Das ist ja ein Witz. Es ist nur 18, Evo. Ja. Nein. Nein. Ich falle. Oh, die sind schnell. Das sind alles Profis. Sehe ich direkt auch an den Skins. Spaß, ich habe mal den Loopskins an. Als ob ich jetzt wieder durch die Lücke gefallen bin. Steh auf, du Dicker. Also, ich komme gut durch. Bin aber trotzdem irgendwie gefühlt letzter. Ich bin noch so ziemlich am Anfang. Echt jetzt? Nee, ich bin jetzt, glaube ich, bei dem... Nicht runterfallen, Bro, danke. Oh, da habe ich zwei, drei überholt. Das war ein wichtiger Move. Oh, Gott. Nein! No. Ich bin bei so einer Orangenblitze. Alter, ich bin abnormal nach hinten geschossen worden. Yo. Oh, nein. Hä, ich war fast durch, Alter. Ich bin gefühlt letzter jetzt. Ey, das ist ja... Soll ich da rauf? Ach so. Alter, war das gemein. Da hätte ich nicht drausspringen dürfen. Die zwei Leute sind schon im Ziel, Ben. Ben, bist du das hier? Bist du gerade auf so einer Deren-Wippe? Ja. Oh, mein Gott. Du hast mich überholt. Ah. Orange. Oh, die scheiße Wippe. Ich bin auf der Zielgeraden. Oh, oh. Oh, oh. Nein, der hält mich fest. Was will der? Nice. Ich... Nice. Oh, mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Weißt du, warum ich's geschafft hab? Warum denn? Weil so eine richtig ehrenlose Melone so eine Ananas festgehalten hat. Und dann sind die beide festgesteckt. Und deswegen hab ich die beide noch überholt und dann weitergekommen. Das war das Ehrenloseste, was ich je gesehen hab. Und das war so geil, Alter. Oh, mein Gott. Die Melone völlig geschossen. Danke, Melone. Die wären beide weitergekommen. Aber weil die Melone, die ich von hinten festgehalten hab, sind beide raus. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, Milone, Alter. Danke. Eiergerange. Lege die meisten Eier in den Korb deines Teams, bevor die Zeit abtürt. Ich habe das denn? Keine Ahnung, was ich... Rot. Ah, ich bin rot. Nice, wir sind im gleichen Team. Oh, Ben. Entweder verdienen wir oder gewinnen wir gemeinsam. Shift, shift, aufholen. Ich hab ein Ei. Doch, ne. Oh, ich hab ein Menschen festgehalten. Hey, ich halte die ganze Zeit Menschen fest. Ah, nein, mein... Das Ei ist... Muss man shift gedrückt halten? Ah, man muss shift gedrückt halten. Ja. Sag mir das doch einer. Alter, diese Dinger sind ja... Ich hab's reingerollt. Nein, das hat ja mein Ei geklaut. Ich hab nicht ein Ei beigetragen. Ah! Yo. Kann man welche auch klauen? Ich weiß es nicht. Alter, die halten mich fest. Nice, ich hab eins abgeliefert. Safe kann man welche klauen. Man hat ja über eine Minute noch Zeit. Ja, ja, ja. Man kann hundertprozentig welche klauen. Ich geh erst mal zu gelb, Alter. Gib mir so ein Ding. Ja. Wir müssen von Blau klauen. Die haben mehr als wir. Stimmt. Wir müssen vor allem die Goldenen klauen. Ich glaub, Blau hat die Goldenen. Alter, alle Roten sind bei Gelb. Mann, ich komm hier nicht raus, Alter. Ich bin zu dick. Hey, der Rote hat mir ein Ei geklaut. Bist du dumm. Aber Gelb rastet ja anders aus. Ja, weil ich auch übelst dumm bin. Komm ich hier raus. Nice, ich bin mit einem Goldenen raus aus Gelb. Ich bin mit einem Goldenen auf dem Weg zu uns, Sebo. Oh, 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 oh. Nein, nein, ein Millimeter davor. Nice, der Rote hat's genommen. Und es ist... Oh, nein. Nice, ich hab's abgeliefert. Rot ist drin. Rot ist drin. Oh, ihr ist ein Goldener. Alter, es sind 40 Gelbe bei uns. Aber wir führen. Da ist ein goldenes Ei. In der Mitte, ne? Da bei uns. Der ist rot, der gehört zu uns. Bringt zu uns. Ja, ja, ja. Ich geh zu Gelb. Gelb ist Feind. Du musst die Leute hier eigentlich auch am besten festhalten, dass sie nichts klauen. Die haben noch so ein goldenes. Goldene sind, glaub ich, sehr OP. Ja. Ey, warum ist jeder bei uns? Ich nehme ein normales. Ja, weil wir Erster sind. Scheiße, Mann. Ich würde doch nur noch ein normales abliegen. Alter, Gelb wurde alles geklaut. Gelb, also, Gelb ist völlig rip. Ja. Oh, nein. Mann, jetzt spring doch, Bro. Wieso bist denn du so dick? Wie geil, es sieht gut aus. Ich komm noch mit einem. Wie geil, schaff ich nicht. Aber es sieht gut aus. Ja. Ja, Mann, Alter. Die Rot. So sieht's aus. Ist jetzt nur unser Team weiter? Oder ist ein Team raus? Klar. Oh, mein Gott. Das Nippelheimer, Leute. Nippelheimer ist der allerechte Profi. Oh, ist ein Schieder raus. Oh, nein. Nur Gelb ist raus. Ah, nee. Nur das schlechteste Team. Ja, oh, mein Gott. Wipe out, Extremsprung, Klapp. Man muss einfach da drüber springen. Darf nicht weggeschossen werden. Unter den pinken und über den grünen, oder? Ich hab, weißt du was? Du fragst mich Sachen, Alter. Ja, 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 ja. Ich hab das auch noch nie gespielt. Oh, nein. Die, die festhalten, sind maximal Arschlöcher. Ich sag. Ich halt nicht fest. Ich konzentriere mich einfach auf mich. Alter, hey, der tanzt. Man kann tanzen. Jo. Du hast, glaub ich, solche Emotes. Das wird halt immer schneller, ne? Jetzt ist es natürlich noch maximal easy. Die Melone. Ich werd dich nie vergessen. Ich trag nicht immer. Ey, du hältst mich fest. Piesel dich, Alter. Oha. Oh, Alter, da. Jetzt erwischtest du. Er hat schon. Äh, da bist du. Mojo. Ich seh dich nicht. Ah, da bist du. Hi. Ich hab so. Oh, nein. Oh, das war fast zeitgleich. Illegal. Ja, ja, ja. Da musst du heute auch was. Ah, guck mal, es fallen nur acht raus. Und vier sind schon. Okay. Aber du musst quasi so time, dass es, weißt du? Ja. Jetzt entgegenlaufen. Oh, grün wird immer schneller, glaube ich. Ja, beides. Sicher, dass pink auch schneller wird? Oh, es sind schon sechs ausgeschieden, Ben. Einer, nur noch einer. Oh, nein. Nein, nein. Boah, das war so knapp. Das war anders knapp. Oh, da hat es jetzt mehrere gescheppert. Da müssen jetzt welche ausscheiden. Ja, ja, sicher. Ja, mein Gott. Ey, wenn ich wurde geschlagen und ich lag am Rand. Ich lag am Rand. Ich war so kurz davor rauszufliegen. Boah, wir sind richtig gut, Alter. Ja. Dafür, dass wir... Also, das sind voll die Anfänger. Nein, gar nicht. 12. Oh, mein Gott, wir sind richtig gut. Weggehext. Sei der letzte Charakter, der über dem Schleim läuft. Und die verschwinden, wenn man darauf sich befindet. Das heißt, das ist quasi Sleave. Ja. Nur mit Laufen und nicht mit... Oha, kann man jetzt direkt auch auf die anderen Platten springen? Das wäre ich auch schon überlegt. Da konnte man echt, ne? Einfach direkt. Ich bin direkt auf Blau durchgescheppert. Ja, ich auch. Alter. Nein, Ben. Was denn? Das war nicht mit der Absicht. Ja, egal. Passt schon, passt schon. Ja, okay, scheiße. Ich bin auf Gelb. Ich bin auf Lila. Ist Lila gut? Ich habe keine Ahnung. Nein, nein. Boah, ich bin auf Blau. Nein, ich bin auf Lila. Spring ist OP auf die 1. Okay, spring ist aber auch gefährlich. Ich bin als Einzige auf Lila. Das ist gut. Du bist gut. Nee, ich bin unten auf Lila. Ach so, scheiße. Ich bin auch direkt auf Lila durchgerockt. Evo, du hast mich gekämpft. Oh, es tut mir leid. Scheiße, ich bin über zwei Donuts. Oh, ich bin auf Gelb. Ich laufe außen einfach lang. Nein, der läuft auch außen lang. Oh Gott. Als ob der das überlebt hat. Oh Gott. Also, die Farben wiederholen sich auch deswegen. Nein, nein, das ist Blau. Ich bin auf Blau. Blau ist das Letzte. Ja. Ich bin beim Vorletzen. Ich werde sterben. Zwei sind schon raus, Evo. Ich werde sowas von sterben. Aber ist okay. Ich bin raus. Ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich es so weit geschafft habe. Sechs sind raus. Oh, was ein Save. Wo bist du denn? Auf welcher Farbe? Blau. Ganz unten? Nein. Ich bin der Letzte, der ausgeschieden ist. Ey. Wir haben es aber gut gemacht. Das war das Finale? Was? Das war das Finale. Ey. Wir haben es bis ins Finale geschafft. Ich war Zweiter. Du warst einfach Zweiter. Ich war Zweiter, Evo. Stimmt, wir waren nur noch Zwölf und Elf sind ausgeschieden. Klar, wir waren Zwölf Spieler, Elf sind ausgeschieden und ich war der Elfte. Alter, Ben, du warst einfach Zweiter. Zweiter ist okay, nehme ich. Yo. Zweiter ist okay für die erste komplette Runde. Ja, nice, GG. Ich hoffe, euch sei die Folge gefallen. Flankt den Like-Button für einen weiteren Part, abonniert und wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss. Tschüss.